Neu für 2017 im Spro-Raubfisch-Programm die Big Eyes Crews. Die Big Eyes Crews werden in drei verschiedenen Farben und zwei verschiedenen Größen erhältlich sein. Die kleinere Größe besitzt einen Durchmesser von 1,2 cm, die größeren Augen besitzen einen Durchmesser von 1,6 cm. Die erhältlichen Farben wären einmal Silber, Rot und in Orange. Wie ihr diese einschraubbaren Augen jetzt ganz einfach an eurem Gummifisch anbringen könnt, das zeige ich euch jetzt eben schnell. Man nimmt einen Gummifisch zur Hand, hier in dem Fall ein kleineres rotes Auge und setzt den Draht ungefähr im Augenbereich des Gummifisches an. Daraufhin dreht man die Schraube drei-, vier- oder fünfmal bis sie richtig im Gummifisch sitzt. Und so sieht das Endresultat aus. Das gleiche Video holt ihr dann nochmal auf der anderen Seite. Und könnt sofort loslegen zu Fischen. Viel Spaß damit, ab Anfang Dezember 2016 erhältlich.